Wohnen ist ein Menschenrecht und die Wohnungsfrage ist in den letzten fünf Jahren nicht ausreichend beantwortet worden. Wir müssen dafür sorgen, dass sowohl Menschen mit Einschränkungen als auch Familien mit Kindern einen angemessenen Wohnraum finden können. Und deswegen kommt unseren Wohnungsbaugesellschaften auch eine bedeutende Rolle zu. Wir müssen in den Dialog mit allen eintreten. Doch unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der GEWO-Bau, muss hier eine Pionierrolle zukommen. Wir müssen bei Neuvermietung die Miete auf 7,50 Euro festschreiben, damit nicht allein der Geldbeutel darüber entscheiden kann, ob ich in Marburg gut und lebenswert leben kann.